Ja, dann schießen sie mich halt ab. Das tut mir übel leid, ne? Ich weiß zwar nicht, was das ihnen bringen soll, aber... Wieso wollen sie mich jetzt abschießen? Ich hab hier nichts Verwerfliches getan. Das tut mir riesig leid, mein Freund. Komm, wir spielen Russisch Roulette. Du rennst in diese Richtung, weil ich sie mit der Rülle drüben. Nee, ich spiele jetzt kein Russisch Roulette. Wenn sie abdrücken wollen, dann tun sie das, aber sie wissen ganz genau, dass sie es nicht dürfen. Drücken sie ab, wenn sie wollen. Sie dürfen es aber nicht. Tun sie, tun sie, was sie wollen. Rennen sie. Ich werde mich nicht bewegen, bis sie weg sind. Ziehen sie dich aus. Zieh dich doch selber aus, Alter. Mach die Augen schnell zu. Zieh dich aus, Alter. Das möchte ich nicht, das werde ich auch nicht machen. Zieh dich doch aus. Da, haben sie einen Rucksack. Können sie sich einen drauf käbeln, wenn sie wollen. Pass auf, uns gefällt nicht. So, bitte wieder aufsammeln, hier ihren tollen Rucksack. Bist du immer noch in dieser Kurve, dann geht es ein bisschen. Wir dürfen ihn wiederholen. Ja, aber was bringt das Ihnen, wenn sie mich jetzt hier abknallen? Dann haben wir noch nicht mal das Recht dazu. Es tut uns wirklich leid. Machen Sie einfach schnell die Augen zu, es geht schnell vorbei. Und wenn Sie Stress mit der Polizei wollen, dann tun Sie das. Wir decisionen, dann tun Sie etwas abknallen. Vielen Dank.